Der grösste Erfolg ist sicher der dritte Platz am Powerman Zovigen Age Group gewesen und Zovigen ist natürlich schon ein einzigesartiges Erlebnis im Duatland. Mein Ziel ist sicher, ich bin jetzt in eine neue Altersklasse aufgestiegen, der 30-35 und mein Ziel ist, dass ich voll angreifen und auf das werde ich mich vorbereiten, damit ich sicher nochmals zu Zovigen einen draufgeben kann. Es wird sicher schwieriger, vorige Fälle gesagt nicht 30-35, sondern 35-40 aufgestiegen. Es hat viel mehr Athleten, viel mehr, die von der Elite zurückkommen in die Altersklasse. Es wird sicher härter, aber es wird spannender für mich. Es ist noch schwierig zu sagen. Das eine macht es aus, mal an die körperlichen Grenzen zu gehen, die Erfahrung zu machen, und das andere macht sicher aus, sich mental etwas zu beweisen, dass man das schafft, weil es wirklich das harteste Rennen der Welt in diesem Sport ist. und das andere macht es nicht so schön. Philippine